Amen, 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 wir glauben. Amen, 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 wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen, 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 wir glauben. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr. Amen, 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 wir glauben. Amen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, an dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmeln. Amen, 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 wir glauben. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu Richtern, die Lebenden und die Toten. Amen, 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 wir glauben. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das heilige Leben. Amen, 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 wir glauben.